es freut mich sehr frau panade ich habe gedacht dass sie deswegen zu mir kommen ja es ist nicht weiter zu schwer zu erraten was hast du eine power faust hier rumhängen alte so ich hoffe du bist bereit für ordentlich material nimm erstmal das dann den arbeiter overall aufbereitet das wasser axt man schon die äxte sind so kacken direkt teuer also dass man den 70 ocken 70.000 ocken das werden wir heute schaffen guck dir das an das ist einfach nur krank so 325 das heißt 12 könnten noch was für zwölf ob noch an sie verkaufen jetzt nur 9 die mini es gibt die weg also ja jetzt noch drei zwei schrotpatronen kommt hier nimmt zwei schrotpatronen sei glücklich damit geht aufs haus dinge so beenden ich muss jetzt so ist alles ich mag dich so ja ich bin schlimm raus zum tier der herr da draußen ist wahrscheinlich auch wieder wir wollen sich hier warum hast du diesmal so wenig simparks aber zu einem stolzen preis mein guter zurück schnappen das mausrad gefällt mir gar nicht hatte alleine die kampfmesser hauen hier mal sowas weg redoway behalte ich mal wiegt ja nix und man sagte mir ja hier irgendwas von sehr viel strahlung bisher habe ich davon noch nichts gemerkt aber ich sollte darauf achten was meine spoilervögel mich in mir so sagen weil alles andere wäre dumm guck dir das an diese stammes kleidung werden wir niemals verkaufen können das unterhosen repetiergewehr auch schon mal nicht ich glaube warte mal ist wirklich nichts mehr zu verkaufen hier ich glaube ich gebe ihm irgendwas einfach so alles redoway könnte ich ihm jetzt auch verkaufen weißt du was stellst boy nimm ihn dumm nö nur einfach verzweifelt verzweifelt gut ähm okay da kommen wir nicht rein ist denn hier irgendwas wo wir sein ne 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 da ist ne kiste und die ist leer du weißt was ich jetzt mache ne nein den lege ich da nicht rein den sollten wir mal öfter verwenden äh weißt du was auch die dinger 11 mal stammes kleidung ich weiß es nicht und ein unterhosen repetiergewehr und noch ein unterhosen repetiergewehr beenden so wir machen jetzt eine loot runde ähm nö weißt du was wir jetzt machen wir gehen noch mal ins homestead motel ich will was ausprobieren ich will was ausprobieren wenn ich jetzt 24 stunden schlafe hier im homestead motel neben diesem toten körper da müsste doch machbar sein dann gehen wir einmal kurz beim safe vorne vorbei äh reisen dann nochmal runter zum schiff äh und schauen ob wir den quatsch den wir da haben verkaufen können das wäre ganz klasse so raus äh nein hin zur bank wir hatten da ja noch im safe ein bisschen junk eingelagert dass die hundis niemals die spawnen das muss hier stinken freunde ich habe schon gedacht schon wieder absturz naja wäre jetzt auch nicht so schlimm das ist der junk safe da ist nur eine vorkriegskriegsmütze drin ähm ja und dann reisen wir mal zu dem herrn in der villa gucken uns an was der will ähm was machst du eigentlich dann looten wir vielleicht nochmal eine runde weil die villa ja da ist ja so viel du drin willkommen an bord ja äh hello traveler warum sprichst du mal englisch wunsch ist mir befehl tust äh ist er nicht weil sonst würdest du mir jetzt den kram abkaufen ich könnte dich so erschießen dafür ähm dann geht das erstmal hier die truhe so was hatten wir da jetzt äh irgendeinen hut ne den nehme ich auf keinen fall mit vorkriegsmütze das ist keine mütze das ist ein hut hier schau dir das an eine mütze sieht anders aus stammes kleidung sieht auch anders aus so ähm wenn ich mir jetzt hier hin lege ah ich muss eine schiff schiff fahrkarte kaufen schiff fahrkarte das ist gut mit meiner zahnlücke zu sprechen sag ich dir so dann mal wieder hin zur villa kalvert ja ach ist das schön ja und wenn du hier neu bist und wunderst dich über meine seltsame loot sucht dann ja das hat etwas mit der familie zu tun auf der ich komme die familie von ong wir haben eine angeborene loot sucht ach mein held was hast du vielleicht gedacht du kommst hier rein und rettest mich im letzten moment da hast du dich aber gewaltig geschnitten ich hatte alles vollkommen unter kontrolle und musste noch nicht einmal das notfall system benutzen das hätte allerdings auch einige der gemälde übel zugerichtet daher ist es doch gut dass du hier warst ich heiße übrigens desmond desmond du bist ein arsch das merke ich jetzt schon und ich werde dich niemals mögen haben wir uns da verstanden du vogel ähm was für eine art notfall system meinen sie die art die alles vor meinem bunker niedermetzelt und eine riesen sauerei hinterlässt standard eben aber ehrlich gesagt ist das notfall system für diese ignoranten primitivlinge zu schade du kommst also genau richtig also ich werde dir sagen was ich tun werde ich gebe dir ein paar gute tipps für das nächste mal wenn du zum dramatischen letzten gefecht antrittst was das extra überlegener verteidiger wurde hinzugefügt jetzt verfügen sie über jetzt fügen sie mehr schaden zu und können sich besser verteidigen wenn sie stillstehen stillstehen tue ich sowieso meistens im kampf und ich laufe nicht wild durch die gegend und ja gefällt mir also noch besser jetzt wissen sie was den stamm zum angriff bewogen hat gibt es vielleicht eine möglichkeit etwas mehr praxis zu bekommen was soll das aber natürlich eine möglichkeit gibt es immer aber was du verdienst hängt davon ab wie gut du befehle befolgen kannst ich habe schon weitaus inkompetentere ödländer als dich gesehen gut dann lass ich dich mal ran mal sehen ob du was rausfinden kannst deine belohnung wird saftig ausfallen ich weiß wonach euch ödländern das herz steht entscheide dich ist der kacke was soll ich gegen die stammesleute unternehmen einheimische eigenarten aufgabe erfüllt jetzt muss ich eigentlich neue kriege aufgabe hinzugefügt von geistern umgeben was wissen sie über die stammesleute haben sie eine junge frau namens nadine gesehen was ist ihre geschichte was war das noch was warum sollte ich für sie arbeiten was ist der unterschied zwischen dir und mir grünschnabel wie wird ein talentierter hobbykiller wie du zu einem hartgesottenen sauhund wie mir die antwort lautet praxis du dummes arschloch ich habe 100 jahre mehr erfahrung als du vergisst das nicht halte dich an mich und du bekommst eine meisterliche lehrstunde in praktischer lebensbewältigung was ist ihre geschichte das bringt die garantiert komplett zum ausrasten meine geschichte ich sag dir was grünschnabel meine geschichte hat verdammte ähnlichkeit mit der zunge einer todeskralle meine geschichte ist lang und verworren und es ist ratsam sich nicht allzu sehr einzumischen kapiert belassen wir es dabei dass ich in point lookout etwas zu erledigen habe hilfst du mir kriegst du was glaub mir mehr willst du nicht wissen doch 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 ich will alles wissen haben sie eine junge frau namens nadine gesehen ich kann mir gut vorstellen dass der arsch so wie der redet jetzt garantiert voll den sexistischen spruch oder irgendwas bringt ich bin schon verdammt lang auf der welt aber das letzte mal dass ich eine türse namens nadine kannte hatte ich noch haut irgend so ein mädchen steckte vor ein paar wochen seine nase hier rein aber es lief davon bevor ich mich vorstellen konnte das kann ich mir gut vorstellen wer will schon schrumpelding äh entschuldigung ähm also wenn er so reden kann kann ich das auch und der kanal ist ja nicht für äh ist ja nicht für kinder gedacht ne das sage ich nochmal ausdrücklich kinder sind hier nicht willkommen was wissen sie über die stammesleute die stammesbrüder sind ein haufen hirnloser schwachköpfe die irgendeinen verrückten geist anbeten was soll man über die schon sagen was soll ich gegen die stammesleute unternehmen du musst lernen mir zuzuhören wenn ich rede die schlammgeilen matschbären wollen mich umlegen und haben nicht mal den anstand mir zu sagen warum deswegen musst du einen weg finden dich in ihrer kommune einzuschleichen und herauszufinden was in ihren spatzen hirnen vorgeht sei ein braves hündchen dann kriegst du vom alten desmond ne belohnung außerdem wer weiß was für schätze du dort klauen kannst letzteres war ein argument aber ich kann mir echt hunderttausend gründe vorstellen weshalb man dir deine scheiß ghoulbirne wegballern sollte du wichser um mal mit deinen worten zu sprechen alter äh ok aber wie kann ich mich einschleusen was für eine belohnung können sie mir anbieten die einzige harte währung auf der welt informationen du bringst mir wertvolle infos über den stamm und ich gebe dir etwas von meinem wissen ab ich habe noch ein paar tricks die ich dir beibringen kann falls dich das noch nicht in fahrt bringt ok aber wie kann ich mich einschleusen nichts einfacher als das jetzt gerade werden sie sich wundern was mit ihrer jägergruppe geschehen ist das war mehr als eine jägergruppe das war eine verdammte angriffsarmee du vogel du hast wirklich keine ahnung dafür dass du hunderte von jahren auf der erde bist ey ich habe keinen respekt vor dir schrumpelfresse und das sagt die schrumpelfresse glauben sie wirklich dass sie mich einfach so reinlassen ich soll in die stamm eintreten sie machen willst du das sind leute die glauben ein loch im schädel würde ihr bewusstsein erweitern nach geballter intelligenz sieht mir das nicht aus geh einfach zur kathedrale und frag ganz lieb wenn du drin bist suchst du den drecksack der den laden schmeißt und findest raus was er vor hat ich brauche nur informationen gewalt ist nicht notwendig schade du sagt es gerade was von dem loch im schädel dass die haben wollen das können wir hinkriegen das lässt sich einrichten aber sowas von dass man über sein angebot reden stammes leute bei der kathedrale untersuchen zurück an die arbeit halt doch mal deine fresse so wir looten noch eine runde und wir machen uns natürlich nicht direkt auf den weg in die kathedrale alter der verrückte hier noch keine schöne menge zeug das darf ich alles suchen leute das geht nicht anders das geht nicht anders ich muss das haben und vor allen dingen da sind ein stimpaks dabei was ist das da punga experiment ist irgendein stromkreis der an die punga angeschlossen alter so viele stimpaks und alles mögliche das ist ein scheiß hier ich muss das haben flammen werfer sturmgewehr hält das so viel krank ich darf das alles klauen ihr glaubt doch wohl nicht dass ich das liegen lassen ja das kenne ich sowas haben wir mal das ist das war mal mein projekt im physikunterricht da habe ich sowas gebaut ein mit geben dass das da war ziemlich komische sachen granaten munition alter so die scheiße ich freue mich hier fast wie geburtstag also eigentlich ist logisch die minigun ich hätte die andere minigun mit der reparieren sollen ob sie naja verschüttete milch aber ihr merkt das schon ich nehme das mit dem blut ernst ja so irgendwas noch ja die kaffeetassen hier hinten die können wir auch noch mit ihm ja auch so ein physik pro projekt das war mal ich glaube in der in der elektronik ag habe ich mal sowas gemacht sowas gebaut mein lehrer sagte damals ich hätte eine strahlende zukunft vor mir wenn der gewusst hätte so ja ja da ist noch ein schrank mir entgeht hier nichts wie viel trage kapazität haben wir denn noch kapazität was war nicht mal 100 alter schwede das wird nicht lange dauern es wird sehr schnell vorbei sein als wollte es mich verhöhnen liegt ein buch da und dies habt ihr gar keine lust diese leichen hier auf zu essen die sind sicher lecker ich habe ich extra für euch zubereitet so ach guck mal jetzt geht das wieder los ob man hier irgendwo kennen kann vielleicht ich meine das ernst 24 stunden pennen dann zurück zum bootchen habe ich hier irgendwas hingeschmissen habe ich den koffer schon leer gemacht ja da ist noch eine kappe hier habe ich ja den ganzen hier habe ich ja entlootet wegen der arschkranken die hier reingekommen sind entschuldigung ist so aber dieser cool davon alter wenn es irgendeine möglichkeit gibt das stück aus der welt zu schaffen echt ich schwör digger der ist sowas von weg der ist eigentlich jetzt schon tot hat nur noch keine ahnung ja aber ich weiß es ja nicht vielleicht ist er ja eigentlich ein ganz guter und ich verstehe ihn einfach nur nicht na kann ja sein komme ich hier dran vorbei und kann hier rein zum looten ja hier wurde ich nämlich vorhin gestört von diesen arschkrampen die da rein kam aber die größte arschkrampel steht da unten der hass ist real digger der hass ist real so ich hoffe ich rede laut genug aber es ist hier wieder mitten in der nacht und ich mag hier nicht die nachbarn aufwecken ich habe sowieso schon das gefühl dass einige von denen mich nicht gerade als wollte es mich verhöhnen und natürlich ich liebe klar so dann wollen wir mal arbeiter overalls singe mir ein kleines arbeiterkampflied ja mal wieder vor jede saa vor kriegsfreizeit kleidung für den arsch vor kriegs baseball mütze wenigstens das haben sie mal richtig benannt das ist nämlich eine baseball mütze ja und das ist auch ein richtiger hut ja und ein frühlings outfit ok ja ein wunderschönes lied sing mir ein kleines arbeiterkampf die wand das ist sicherlich besser ja genau ich kann den flammenspeyer mit dem flammenwerfer reparieren warum denn vorhin nicht was ist an diesem flammenwerfer jetzt besser du weißt es auch nicht das ist schade ich hätte es so gerne erklärt gehabt so eine maschinenpistole lässt sich nicht mit einer pistole reparieren das ist mal völlig klar was schauen 30 gewichtseinheiten aber was ja